Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ich bezeuge la ilaha illallah und ich bezeuge muhammad rasulullah, salawatu rabbi wassalamu alayhi. Ramadan Tag 29, der letzte Tag. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eine schöne Zeit zusammen gehabt, jeden Tag zusammen Sahur gemacht, jeden Tag zusammen Iftar gemacht. Ich kann mein eigenes Gesicht nicht mehr sehen, walhamdulillah. Möge Allah einen Nutzen herabgesendet haben in den Worten, in den Videos, die wir gemacht haben. Möge Allah uns festigen in unserer Religion, möge Allah uns reichlich belohnen und möge Allah unsere Herzen mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit füllen, Allahumma Ali. Ehrlich gesagt habe ich tagelang darüber nachgedacht, was kann das letzte Video sein, worüber wir reden können. Was sind die passenden Worte? Ehrlich gesagt gibt es da eigentlich keine passenden Worte. Ich kann von mir aus nur sagen, es war ein sehr, sehr schöner Monat. Dieser Monat wird mir sehr, sehr fehlen. Möge Allah uns gut und aufrichtig machen. Ich kann nur eine Naseha als Bruder an euch geben. Haltet an dieser Religion fest und lasst nicht los. Wallahi, das ist das Beste, was es gibt auf dieser Dunah. Das Beste, womit Allah uns gesegnet hat. Dieser Ding. Wallahi, der, der Allah hat, der hat alles. Und der, der Allah verloren hat, der hat alles verloren. Bleib standhaft in dieser Religion. Es gibt eine Befragung im Grab. Wir werden Allah treffen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah sprach, wenn mein Diener sich freut, mit mir zu treffen, so freue ich mich auch. Und wenn mein Diener es verabscheut, sich mit mir zu treffen, so verabscheue ich es auch. Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt? Der Fastenbrechende freut sich zweimal. Der Fastende freut sich zweimal. Einmal, wenn er seinen Iftar zu sich nimmt, wenn er seinen Fasten bricht, haben wir alle gelacht, haben uns alle gefreut. Und einmal, wenn er sich mit Allah trifft. Wallahi, ich freue mich auf diesen Tag. Für diese Tage der Anstrengung bei Allah, ich freue mich, mich mit mir Allah zu treffen. Ich kann es kaum abwarten und sagen, mein Herr, alles, was ich gemacht habe, habe ich nur für dich gemacht, mein Herr. Vergib mir. Nimm es von mir an. Lass mich durch deine Barmherzigkeit das Paradies erreichen, mein Herr. Mehr als das kann ich leider auch nicht sagen. Ich bitte Allah mit vollem Herzen, dass er uns festigt. Ich will gar nicht darüber nachdenken, dass viele vielleicht, und ich hoffe es nicht, kaputt gehen werden vielleicht, in den alten Muster fallen werden, in das alte Leben fallen werden. Ich hoffe wirklich, 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 dass der Islam wieder in unseren Herzen gefestigt ist. Dass wir verstanden haben, dass dieser Islam nicht für Momente da ist, sondern fürs Leben. Sprich, all meine Gebete, all meine Aufopferungen, mein Leben und mein Tod gehören dem Herrn der Welten. Ich lebe für Allah und ich sterbe für Allah. Möge Allah uns unsere Herzen vereinen, so wie er es in diesem Monat gemacht hat. Und wenn Allah nicht zulässt, dass wir uns wiedersehen in diesem Leben, fragt nach eurem Bruder im Paradies. Das ist nur meine einzige Bitte. Den ganzen Monat über hatte ich keine Bitte. Meine einzige Bitte ist nur, mach Dua für mich. Ich wünsche euch das vom Herzen, dass man zu euch sagt, geht rein ins Paradies, esst und trinkt für immer. Und wenn ihr im Paradies seid und ihr seht mich nicht, Wallahi, fragt Allah nach mir. Sagt ihr, Rabb, wo ist Abdelhamid? Er war doch mit uns. Wo ist er? Vielleicht hat Allah mich an einem schlechteren Ort gebracht als euch. Fragt Allah nach mir, denn das wird der Grund sein, dass ich wegen euch auch das Paradies betreten darf. So wie es der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, uns das beigebracht hat. Macht Dua für euren Bruder um Ehrlichkeit. Möge Allah euch lieben und assalamu alaikum.